Sieht aber scheiße aus, oder? So besser? Gut. Eins, zwei, drei, vier, ich lege los. Hallo Leute, hier ist Mario auf der neunten Cultiva. Und ihr glaubt nicht, wo ich hier bin. Darauf haben wir zehn Jahre gewartet. Hemp Embassy auf der Cultiva. Die schönsten Buds, die ihr je gesehen habt. Sponsored by Bush Planet. Hemp Embassy. Cannabis is good for you.